So, wir beschäftigen uns mit einem Thema, auf das Sie sicherlich schon seit Langem gewartet haben in dieser Videoreihe. Es geht um die Neerode Rechtskonkurrenz. Okay, ich vermute mal, die meisten werden jetzt sagen, geht so, klingt ein bisschen technisch, ist gar nicht so schlimm. Das wird uns, wie wir sehen werden, konkret weiterhelfen, bei unserem Ziel, Automaten zu minimieren und das ist ja sicherlich eine praktische Sache. Wir haben in den letzten Videos gesehen, wie man das mithilfe des Quotientenautomaten erreichen kann. Wir haben einen reduzierten Automaten konstruiert und ich habe einige gewagte Behauptungen über die Korrektheit dieses Automaten aufgestellt und da müssen wir jetzt weitermachen. Und dazu brauchen wir ein paar Werkzeuge und ein Werkzeug dazu wird eine sehr einfache Relation zwischen Wörtern sein, die diesen interessanten Namen trägt, den ich gerade genannt habe. Mein Name ist Markus Krötzsch. Herzlich willkommen zurück zu dieser Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten der TU Dresden. Gut, wir waren also beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ich hatte Ihnen erklärt, wie wir einen Automaten reduzieren können und wie wir es dann schaffen können, dass er tatsächlich unter allen möglichen Automaten der eine eindeutige minimale Automat wird. Das hatte ich bisher nur behauptet. Also das heißt, ich hatte gesagt, dieser reduzierte Automat, den wir durch Verschmelzung von Zuständen erhalten, ist bezüglich der Zustandsmenge der minimale totale DFA für diese Sprache. Und mehr noch, ich habe sogar behauptet, dass es nur diesen einen minimalen Automaten gibt bis auf Umbenennung von Zuständen. Und dass also insbesondere das Ergebnis der Minimierung eigentlich gar nicht konkret von dem Automaten abhängt, der ursprünglich verwendet wurde. Abgesehen natürlich von der nicht ganz unwichtigen Tatsache, dass der Automat die Sprache definiert, um die es hier geht. Aber jeder andere Automat, der die gleiche Sprache definieren würde, würde auch den gleichen reduzierten Automaten liefern. Okay, wie kann man sowas zeigen? Also schauen wir uns erstmal den oberen Satz an. Wir wollen zeigen, dass dieser Automat der minimale Automat ist. Es gibt keinen besseren. Ein Teil dieser Aussage haben wir schon gezeigt. Wir wissen schon, dass er die Sprache überhaupt erkennt. Das heißt, er ist immerhin mal ein Automat, der die Sprache erkennt. Diese Korrektheit hatte ich im letzten Video erklärt. Was jetzt noch fehlt, ist die andere Richtung. Oder der Rest ist der Aussage, besser gesagt. Nämlich, dass es keinen kleineren Automaten geben kann, der diese Sprache auch erkennt. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann man, wie will man sowas beweisen? Ja, es gibt viele Automaten. Es gibt viele Sprachen, für die ich die Konstruktion durchführen könnte. Wie soll ich das zeigen, dass das immer genau den kleinsten ergibt? Und das ist sicherlich was, wo man mit so einfachen Umformungsbeweisen, wie wir sie bisher meistens gesehen haben, nicht weiterkommt. Und da muss man sich ein bisschen grundlegendere Gedanken machen. Hier kommt der Plan. Das ist nochmal der Satz, den wir jetzt zunächst zeigen wollen. Und die zwei Teile des Beweisplans sind hier nochmal aufgelistet. Der erste Teil besagt, dass er zumindest die korrekte Sprache erkennt, der minimale Automat. Der zweite Teil besagt, dass er bezüglich dieser Erkennung minimal ist. Und dazu wollen wir zwei Dinge tun. Zunächst einmal führen wir noch einen minimalen Automaten ein. Den werde ich ML nennen. Ein weiterer minimaler Automat, der direkt aus der Sprache konstruiert wird. Und das ergibt irgendwie Sinn, wenn Sie darüber nachdenken. Ich habe ja behauptet, dass das Ergebnis dieser Minimierung überhaupt nicht vom konkreten Automaten abhängt, sondern nur von der Sprache. Das heißt, es sollte eigentlich möglich sein, so einen minimalen Automaten direkt für die Sprache zu konstruieren. Und das werden wir tun. Und dann zeigen wir, dass dieser minimale Automat für die Sprache bis auf Umbenennung von Zuständen gleich ist zu dem reduzierten Automat. Und tatsächlich wird aus dieser Konstruktion des minimalen Sprachautomaten, den ich hier ML nenne, auch direkt folgen, dass er überhaupt global der minimale Automat ist. Also es wird sich ergeben, dass es keinen anderen geben kann, wenn wir einmal verstanden haben, wie das konstruiert wurde. Und wenn wir dann die Gleichheit gezeigt haben, dann ist alles gelungen. Tatsächlich ist es so, wenn man zeigen kann, dass die beiden bis auf Umbenennung gleich sind und wir wissen, dass ML korrekt ist, dann folgt sogar der erste Teil, den wir einzeln gezeigt haben. Aber Sie erinnern sich, dieser Beweis war wirklich keine große Mühe. Wir haben das in vier Zeilen abgehandelt und ein Lämmer mit Herzchen noch dazu geschrieben. Okay, das ist also unser Plan. Da wollen wir hin. Das werden wir heute nicht glanz schaffen, sondern wir müssen das ein bisschen vorbereiten. Und dazu kommt diese besagte Konkurrenz ins Spiel. Die definiere ich einfach mal direkt hier. Die Idee ist es, dass wir eine Relation hier definieren bezüglich einer gegebenen Sprache. Das heißt, wir arbeiten jetzt in manchen Sachen vielleicht ähnlich zu dem, was Sie vorher gesehen haben mit dem Quotientenautomaten. Vielleicht werden Sie auch ein paar Ideen wiedererkennen. Aber der große Unterschied ist, wir beginnen jetzt nicht mit einem Automaten, sondern wir beginnen direkt mit einer Sprache. Wir wissen überhaupt nicht an diesem Punkt, ob es überhaupt einen Automaten für diese Sprache gibt. Ich nehme nicht mal an, dass die Sprache regulär ist, sondern ich definiere mir direkt aus der Sprache Dinge. Und wenn wir alles richtig machen, gelangen wir dann zu einem Automaten. Also für eine Sprache L in Sigma-Stern ist die Nerode Rechtskonkurrenz. Sie dürfen auch Nerode sagen, wenn Sie mögen, aber der Mann ist Amerikaner und lehrt in Cornell immer noch und wird sich wahrscheinlich nicht Nerode sprechen. Gut, also diese Rechtskonkurrenz, die ich mit diesem Zeichen hier, mit diesem Gleichheitszeichen, mit der Tilde bezeichne und an die ich die Sprache schreibe, auf die sie sich bezieht, ist wie folgt definiert. Zunächst einmal ist es eine Relation zwischen Wörtern. Das heißt also, wir setzen jetzt zwei Wörter in Beziehung. Und zwar tun wir das genau dann für Wörter U und V, wenn Folgendes gilt. Für alle Wörter W in Sigma-Stern ist es wahr, dass U gefolgt von W in der Sprache liegt, genau dann, wenn V gefolgt von W in der Sprache liegt. Okay, haben Sie es verstanden? Also zwei Wörter sind dann äquivalent, unabhängig davon, wie die Wörter aussehen, wenn sie sich bezüglich der Zufixe, die man an sie anhängen kann, wenn man weiterhin in L bleiben will, genau gleich verhalten. Und jetzt sehen Sie vielleicht schon eine gewisse Ähnlichkeit mit der Quotientenbildung, die wir beim letzten Mal mit Automaten gemacht haben. Da haben wir ja auch gesagt, zwei Zustände sind äquivalent, wenn das, was man von Ihnen ausgehend noch lesen kann, um in der Akzeptanz zu bleiben, um in der Sprache zu bleiben, des Automaten, genau gleich ist. Und das ist hier eigentlich dieselbe Idee, nur mit Wörtern. Wir sagen, die Wörter sind äquivalent, wenn man von, wenn man, nachdem man dieses Wort eingelesen hat, wenn wir uns jetzt mal wieder vorstellen, wir hätten hier einen Automaten, wenn es einen Automaten für die gäbe, dann müsste es so sein, dass, wenn dieses Wort eingelesen ist und wenn dieses Wort eingelesen ist, wir auf äquivalenten Zuständen landen. Also für beliebige Fortsetzungen der Wörter bleiben wir genau dann in der Sprache mit der Fortsetzung hinter U, wenn wir in der Sprache blieben mit der Fortsetzung hinter V. Das ist die Konkurrenz. Die Präfixe sozusagen sind äquivalent bezüglich der Wortendungen, die jetzt doch folgen könnten, um weiterhin in der Sprache zu sein. Wir machen es wieder so wie bei den Automaten, wenn die Sprache klar ist oder keine besondere Rolle spielt, dann schreiben wir einfach nur dieses Gleichheitszeichen mit der Tilde, anstatt noch das L dazu zu schreiben. Bisschen weniger Notation vereinfacht das Verständnis. Okay, das ist also diese Rechtskonkurrenz. Hier ist es nochmal aufgeschrieben, wie man das verstehen kann. Zwei Wörter, V und U sind konkurrent, wenn man in einem Wort das Präfix V gegen U vertauschen kann, ohne dass dieses den Status des Wortes bezüglich L verändert. Also das ist jetzt eine bisschen anders angefangene Sichtweise. Ja, ich sage, ich habe ein beliebiges Wort und das hat ein Präfix V, dann darf ich dieses Präfix V gegen U vertauschen und es würde nichts daran ändern, ob das Wort, was ich habe, in L ist oder nicht. Wenn es ein Wort war, was nicht in L ist, dann wird es auch danach nicht in L sein und umgekehrt. Wenn es in L war, dann bleibt es in L. Okay. Die Idee oder den Zusammenhang zur Zustandsequivalenz hatte ich gerade schon erklärt. Hier haben Sie nochmal die Definition aufgeschrieben, die so ähnlich funktioniert. Ja, auch da hatten wir das Wort W genannt, was noch folgen kann, hinter den Zuständen P und Q und haben gesagt, dass sich die Zustände gleich verhalten bezüglich dieser Restwörter, die noch akzeptiert werden könnten oder die noch eingelesen werden können. Okay, das ist also die Konkurrenz. So eine Art Übertragung der Ideen der Zustandsequivalenz auf Wörter. Okay. Was für Eigenschaften hat diese Relation? Hier haben wir nochmal die Kurzform der Definition, die ich gerade gegeben habe. Naja, Sie können sich schon denken, die Eigenschaften sind durchaus ähnlich zu denen, die wir bei der Zustandsequivalenz gesehen haben. Auch hier ist es ja so, dass wir die Beziehung, diese Relation zwischen Wörtern definieren aufgrund einer anderen Beziehung, nämlich aufgrund einer genau dann wenn Beziehung zwischen zwei Wortinklusionen in der Sprache. Also genau dann wenn ist das, was hier zwischen den beiden Seiten steht. Und genau dann wenn hat genau wie die Gleichheit im vorigen Fall mit den Zustandsequivalenzen verschiedene Eigenschaften, die sich direkt auf unsere neue Relation hier übertragen. Also zum Beispiel ist genau dann wenn übrigens offensichtlich symmetrisch. Also wenn ich die Seiten vertausche, dann bleibt die Aussage unverändert. Und das bedeutet auch diese Relation, die wir hier definiert haben, ist natürlich symmetrisch, weil genau dann wenn immer in beide Richtungen geht. Es ist auch reflexiv, denn alles gilt genau dann, wenn es selbst gilt. Das ist auch klar. Und außerdem ist es auch transitiv, natürlich. Wenn aus a b folgt und aus b folgt c, dann folgt aus a c. Und das gilt in beide Richtungen und deshalb haben sie hier auch Transitivität. Das heißt, wir haben wieder, wie zuvor, diese drei Eigenschaften, reflexiv, symmetrisch, transitiv, jeweils für alle Wörter. Und das bedeutet, diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Okay, ist schon mal ein guter Anfang. Äquivalenzrelationen, ich hatte schon gesagt, sind praktisch, kann man gut mitarbeiten, weil sie auch sehr einfach strukturiert sind. Sie teilen immer die Gesamtmenge auf in einzelne Äquivalenzklassen, die miteinander nicht verknüpft sind. Und das kann man zu Konstruktionen verwenden zum Beispiel und das werden wir auch hier machen. Okay, es gilt auch noch mehr. Und zwar ist auch diese Relation in einem gewissen Sinne mit der Hintereinanderschreibung von Wörtern kompatibel. Und zwar in diesem konkreten Sinne, wenn zwei Wörter äquivalent sind oder konkurrent sind, könnte ich sagen, dann, und wir hängen hinter beide Wörter ein bisschen mehr Wort, das gleiche Wort W auf beiden Seiten, wird hier angehängt. Dann sind die Wörter, die dadurch entstehen, weiterhin konkurrent. Also durch Anhängung wird die Konkurrenz nicht verändert. Das heißt, wir könnten sagen, diese Relation ist verträglich mit der Konkordination von rechts. Ja, Konkordination ist keine kommutative Operation. Natürlich ist es was ganz anderes, wenn wir vorne etwas ranhängen, dann gilt das nicht, was hier steht. Aber es gilt, wenn wir etwas hinten ranhängen auf der rechten Seite. Und das ist der Grund, warum das Ganze Rechtskonkurrenz genannt wird in diesem Zusammenhang. Allgemein, was soll das sein, Konkurrenz? Ja, das kennen Sie vielleicht auch aus der Mathematik. Wir verwenden den Begriff Konkurrenz immer dann für Äquivalenzrelationen, wenn wir betonen wollen, dass sie mit bestimmten Operationen verträglich sind. Also eine Konkurrenz ist in der Regel eine Äquivalenz, die mit zusätzlichen Operationen kompatibel ist. Und in dem Fall ist die Operation die Konkordination von rechts. Okay, gut. Das sind also die Eigenschaften und in gewisser Weise rechtfertigen die überhaupt die Bezeichnung als Konkurrenzrelation. Okay, gut. Was ich jetzt noch machen möchte, ist natürlich Ihnen Beispiele zu zeigen. Denn diese Relation, auch wenn sie im Prinzip kurz und einfach definiert ist, ist manchmal nicht ganz einfach zu verstehen. Es ist gut, wenn man sich ein paar Beispiele anschaut, damit man ein bisschen besser dahinter steigt, wie das genau funktioniert. Hier haben wir mal eine ganz einfache Sprache, die wir als Ausgangspunkt nehmen wollen. Die Sprache A-Stern, B-Stern. Welche Äquivalenzklassen hat die jetzt? Welche Wörter sind zueinander äquivalent bezüglich dessen, was danach noch folgen darf? Und gut, wie geht man jetzt überhaupt heran? Na, jedes Wort muss natürlich in einer Äquivalenzklasse liegen. Das ist bei allen Äquivalenzrelationen so. die Gesamtmenge zerfällt in Äquivalenzklassen. Also für jedes Wort finden wir eine Äquivalenzklasse. Das heißt, eine Möglichkeit, die Äquivalenzklassen zu bestimmen, ist es, einfach systematisch alle Wörter durchzugehen und für jedes Wort zu fragen, ja, was ist jetzt Äquivalenz zu diesem Wort? Und dies als Menge aufzuschreiben. Und wenn das eine große Äquivalenzklasse ist, dann sind da viele Wörter schon enthalten und es bleiben nur noch wenige andere übrig, die man betrachten muss. Hoffentlich, ja. Und dann wird man dann irgendwann auch fertig sein und hat alle Äquivalenzklassen gefunden. Wenn nämlich alle Wörter in irgendeiner der gefundenen Klassen enthalten sind, dann ist man fertig. Das machen wir jetzt hier und wir fangen mit irgendeinem Wort an. Was könnte das sein? Wir fangen mal mit dem einfachsten an, mit dem leeren Wort. Was ist hier Äquivalent zum leeren Wort? Was verhält sich bezüglich des leeren Wortes genau gleich, was die hintereinander Hängung von Wörtern betrifft? Also an welche Wörter kann man die gleichen Endungen anhängen, wie an das leere Wort und bekommt dann die gleichen Ergebnisse bezüglich Sprachzugehörigkeit. Und da sehen Sie, dass das im Wesentlichen die Wörter der Form A-Stern sind. Es macht da, dass diese Sprache ja beginnt mit A-Stern, überhaupt keinen Unterschied, ob Sie bisher das leere Wort gelesen haben oder schon ein A gelesen haben oder schon 1000 A's gelesen haben. Das, was danach noch folgen darf, ist in jedem Fall gleich. Also das heißt, Sie haben eine Äquivalenz aller Wörter, die nur aus A's bestehen, einschließlich des Wortes, was aus null A's besteht, das leere Wort. Hier ist nochmal aufgeschrieben, warum das so ist. Ein Wort V ist in, für jedes Wort V in dieser Klasse, also für jedes Wort V, das nur aus A's besteht, ist VW in L, also ist V mit einem Zufix W in der Sprache, genau dann, wenn W selbst ein Wort der Sprache ist. Also man kann hier genau die Wörter anhängen, die in der Sprache sind, wenn man in der Sprache bleiben will. Und das ist auch etwas, was Sie bei den Äquivalenzklassen immer sehen. Für jede Äquivalenzklasse gibt es eine Menge von zulässigen Zufixen. Die ist also charakterisiert durch das, was man anhängen kann, wenn man in der Sprache bleiben will. Und das muss für jedes Wort in der Äquivalenzklasse das Gleiche sein. Insofern, für jede Klasse, was eine Menge von Wörtern ist, gibt es eine Menge von Zufixen, was auch wieder eine Menge von Wörtern ist, die genau dazu passt und die dazu führt, dass man in der Sprache landet am Ende. Okay, also das sind mal alle Wörter der Form A Stern. Jetzt können wir uns fragen, was fehlt uns noch? Welche Wörter haben wir noch nicht erfasst oder noch nicht in diese Äquivalenzrelation eingeordnet? Na gut, alle Wörter, die irgendwie Bs enthalten. Und die können wir jetzt systematisch durchgehen. Wir fangen mal mit dem einfachsten an, dass das Wort B, welches nur ein einzelnes B enthält. Und na gut, was wird jetzt noch akzeptiert? Was kann man nachdem man ein B gesehen hat, noch anhängen, um in der Sprache zu bleiben? Naja, beliebige weitere Bs. Ja, also wir brauchen keine A's am Anfang, wir können auch mit null A's leben, aber wenn einmal ein B lesen wurde, dann dürfen keine A's mehr folgen. Dann dürfen nur noch B's folgen. Und das ist so für B, das ist auch für BB so, aber das ist auch für alle Wörter so, die erst ein paar A's haben und dann noch mindestens ein B. Ja, also die Klasse hat diesmal die Form A-Stern B+. Es ist völlig egal, ob da schon A's gelesen worden sind oder nicht. Wenn ich aber an der Stelle bin, wo das B ist, dann dürfen ab da nur noch B's folgen, wenn man in der Sprache bleiben will. Okay. Gut. Haben wir die zweite große Klasse. Jetzt haben wir schon A-Stern und A-Stern B+. Fehlen immer noch Wörter. Gibt es immer noch Wörter, die nicht in diesen beiden Mengen enthalten sind? Natürlich. Das sind all die Wörter, bei denen nach dem B wieder ein A kommt. Zum Beispiel B, A als das Einfachste. Und das sind nun gerade Wörter, die nicht in der Sprache liegen und die auch durch das Anhängen von weiteren Zufixen nicht in die Sprache zurück gelangen können. Wenn ich einmal ein B gelesen habe und danach ein A, dann kann ich anhängen, was ich will. Es wird nichts in der Sprache sein. Das heißt, die Klasse von anhängbaren Zufixen in diesem Fall ist leer. Und das bedeutet, im Prinzip ist das genau die Äquivalenzklasse all der Wörter, die nicht in der Sprache liegen. Das ist genau das Komplement der Sprache. Okay. Das ist also auch noch eine Äquivalenzklasse. Okay. Und jetzt kann ich mir das Ganze überlegen und kann mir die drei Klassen anschauen und überlegen, ob immer noch irgendein Wort fehlt. Gibt es irgendwelche Wörter aus A und B, die in keiner dieser Klassen enthalten sind. Und das sollte hier nicht der Fall sein. Die sollten alle irgendwie enthalten sein. Okay. Damit sind das die drei Äquivalenzklassen, die wir für diese Konkurrenzrelation finden. Und wir haben also jetzt mit diesen drei Punkten endlich auf einer halben Folie beschrieben, worin genau diese Konkurrenzrelation hier besteht. Und das ist bemerkenswert. Ja. Also bei der Äquivalenzrelation von Zuständen, von Automaten war das kein Problem. Zustände sind endlich viele. Und ich kann einfach die Äquivalenzrelation aufschreiben. Ich kann alle Paare hinschreiben. Und das ist immer endlich. Aber hier haben wir ja eine Relation auf allen Wörtern. Und es gibt sehr viele Wörter. Es gibt unendlich viele Abzipper, unendlich viele Wörter, wie Sie wissen. Und das heißt, ich kann in der Regel nicht jede Äquivalenzrelation oder jede Konkurrenzrelation sogar in dieser Form endlich aufschreiben. Es könnte durchaus sein, dass die nicht so schnell abgehandelt ist wie hier. Und insofern ist es ein interessanter und besonderer Fall, dass wir also hier mit nur drei Zeilen ausgekommen sind. Da wird noch mehr darüber zu sagen sein, was dieser Sonderfall bedeutet. Wir können auch für endliche Sprachen Äquivalenzklassen bilden. Die sind nicht unbedingt einfacher darzustellen, wie wir gleich sehen werden. Also hier haben wir eine Sprache aus drei Wörtern. A, A, B und B, A. Auch hier können wir wieder mit dem leeren Wort beginnen. Wenn Sie mögen, halten Sie das Video an und versuchen Sie es selber. Haben wir jetzt schon mal die grundletzliche Anleitung erhalten. Und ich werde jetzt gleich die Lösung einblenden. Erster Fall, wir fangen wieder mit Epsilon an. Was ist hier Äquivalenz zu Epsilon? Es stellt sich heraus, nichts. Epsilon ist nur zu sich selbst Äquivalent, weil die Suffixe, die nach Epsilon stehen können, sind genau diese drei Wörter. Also ich kann dann ein A, ein A, B oder ein B, A haben und es wird in jedem Fall in der Sprache liegen und nichts sonst ist erlaubt. Und diese Eigenschaft hat kein anderes Wort, was man sich vorstellen kann, dass man diese drei Dinge anhängen kann und immer noch in der Sprache ist. Jedes Wort, was länger ist als Epsilon, wenn man da A, B anhängt, hat man auf jeden Fall ein Wort, was nicht in der Sprache ist, weil es einfach drei Buchstaben hat. Okay, das ist also Epsilon. A als nächstes einfaches, einfacheres Wort in der in der Liste aller Wörter, hat auch wieder eine einelementige Äquivalenzklasse. Wenn ich ein A habe, dann kann ich entweder akzeptieren, das A selbst ist ja ein Wort, oder ich könnte noch ein B anhängen. Das heißt also die Dinge, die man anhängen kann, sind hier Epsilon und B, die zwei Wörter. Und auch da mit dieser Eigenschaft ist auch A allein, das ist das einzige Wort, an das man B anhängen kann, um noch in der Sprache zu sein. Sieht man ja auch, es gibt nur ein Wort, das auf B endet. Okay. Dritte Möglichkeit, die ich betrachte, B. Auch hier wieder eine elementige Klasse. Auch das B hat eine Sonderstellung. Es gibt, was kann man bei B anhängen? Hier kann man nur A anhängen und nicht Epsilon. Das heißt also, so ähnlich wie der zweite Fall, nur mit noch einer Möglichkeit weniger, weil mit B nur ein einziges Wort hier beginnt. Und auch das ist wieder eine Eigenschaft, die nur für dieses eine Wort geht. Okay, das sind bei weitem noch nicht alle Wörter. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Naja, A, B können wir jetzt als nächstes machen. Sie sehen, ich gehe hier systematisch vor. Und das ist mal ein Fall, in dem wir eine Äquivalenzklasse erhalten mit mehr als einem Eintrag. Nämlich A, B ist Äquivalent zu B, A, weil beide Wörter sind in der Sprache. Das heißt, wenn man Epsilon anhängt, bleibt man in der Sprache. Aber man kann nichts anderes anhängen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Wörter zu erweitern und in der Sprache zu bleiben, weil es einfach keine längeren Wörter in dieser Sprache gibt. Das heißt, also auch hier haben wir nur diese beiden Wörter und nicht mehr, aber immerhin haben wir mal zwei. Okay, das sind also offensichtlich immer noch nicht alle Wörter, die man sich vorstellen kann. Und deshalb kommt jetzt als letzte Zeile mal stellvertretend für ganz viele andere Wörter das Wort BB als Repräsentant. Dieses Wort hat eine sehr große Klasse. Das sind jetzt fast alle Wörter, alle außer die vier, die wir jetzt schon speziell genannt hatten. Und hier sollte noch das B fehlen im Übrigen. Also eigentlich haben wir ja fünf Wörter schon speziell genannt. Das B hat auch schon seine eigene Klasse. Das darf hier nicht mehr vorkommen. Das korrigiere ich mal noch in den herausgegebenen Folien dann. Und diese Klasse ist also im Prinzip die Klasse der Wörter, die nicht in der Sprache liegen und die man auch durch Anhängen von irgendeinem Suffix nicht mehr in die Sprache zurückbringen kann. Im Gegensatz zu B, was auch nicht in der Sprache liegt, aber wo man noch was machen könnte. Wenn ich also BB sehe, dann ist es, bin ich nicht mehr in der Sprache und das heißt für alle möglichen Suffixe gilt, dass die Kombination nicht in der Sprache liegt, auch fürs Lehrer. Okay. Und damit habe ich alle Klassen in diesem Fall. Und Sie sehen schon, das ist nicht so einfach. Das, was wir hier machen, hat mit Überlegen zu tun. Man muss sich das genau anschauen und man muss sehr zurückfältig sein und aufpassen, dass man nichts vergisst. Das ist selbst bei so kleinen Sprachen mit drei Wörtern nicht sehr mechanisch, was wir hier machen, sondern wir lösen das hier durch scharfes Nachdenken im Prinzip für jeden Einzelfall. Okay. Noch ein Beispiel. Sprache a hoch n, b hoch n. Ich habe eine Folge von a's und danach eine Folge von b's und die einzige Bedingung ist, dass diese beiden Folgen gleich lang sind. Also a, a geht, a, a, b, b geht und so weiter. Und natürlich das leere Wort. Wenn ich 0 a's und 0 b's habe, ist das auch erlaubt. Was erhalte ich hier als Äquivalenzklassen? Das ist ein interessanter Fall, der anders ist als die, die wir bisher gesehen haben. Werden wir gleich sehen. Naja, zunächst einmal Epsilon. Epsilon enthält nur Epsilon. Der Grund ist, ich kann daran alles anhängen, was in der Sprache ist. Und das gilt für kein anderes Wort. Ja, wenn Sie ein Wort haben, wo schon ein a steht, dann kann man nicht irgendwas aus der Sprache anhängen, weil dann wäre die Anzahl der a's ja um 1 größer als die Anzahl der b's. Das heißt, die Wörter, die mit der richtigen Anzahl versehen sind, sind als Zufixe zugelassen, nur dann, wenn man vom leeren Wort statt. Okay, Epsilon. Machen wir weiter. A. Wenn ich schon ein a habe, was kann ich dann anhängen, um in dieser Sprache zu bleiben? Naja, eine Zeichenkette von a's und b's, wobei ein a weniger vorkommt als das b, als die b's. Ich habe ja schon ein a. Also damit das insgesamt dann auf a hoch n, b hoch n herauskommt, muss ich ein b mehr haben, als ich a's habe. Das heißt also, Wörter, die ich hier anhängen kann, sind aus der Sprache a hoch n, b hoch n plus 1. Das passiert bei a. Und das ist wieder das einzige Wort mit dieser Eigenschaft, wie man sich leicht überlegen kann. Ja. Okay, machen wir weiter. Zwei a's. Naja, Sie sehen schon, das wird systematisch hier. Wenn ich zwei a's am Anfang habe, dann kann ich natürlich auch wieder Dinge anhängen, und zwar diesmal die Dinge, bei denen zwei b's zusätzlich am Ende stehen, damit ich noch in der Sprache bleibe. Okay, und Sie sehen, wohin das führt. Bei drei a's kann ich Wörter anhängen, bei denen drei zusätzliche b's am Ende stehen, und so weiter und so fort. Und jede dieser Klassen enthält nur ein einziges Wort. Das heißt, es gibt hier unendlich viele Äquivalenzklassen für jede Anzahl von a's, die ich mir vorstellen kann. Das heißt, hier kann ich keine endliche Menge an Äquivalenzklassen aufschreiben. Und es gibt natürlich nicht nur diese Äquivalenzklassen. Sie sehen schon, selbst diese unendlich vielen Äquivalenzklassen enthalten ja nur Wörter, die ausschließlich a's enthalten. Es gibt ja auch noch b, und da gibt es natürlich noch mehr Äquivalenzklassen. Zum Beispiel, wenn ich das Wort a, a, b nehmen würde, dann hätte auch das eine entsprechende Äquivalenzklasse, nämlich die Äquivalenzklasse der Dinge, bei denen man noch ein b mehr anhängen muss, damit sie in der Sprache sind. Und das ist das Einzige, was man anhängen kann. Und da gibt es viele Wörter in diesem Bereich. Okay, gut. So funktioniert es. Aber Sie sehen schon, es gibt auch Fälle, in denen diese Ermittlung aller Äquivalenzklassen nicht zum Ende kommt, und man muss aufpassen, ob man in solchen Fall, ob man so einen Fall vorliegen hat oder nicht, wenn man das so berechnet. Das heißt natürlich nicht, dass die Konkurrenzrelation nicht klar definiert ist. Die mathematische Definition, die wir vorher gegeben haben, ist trotzdem anwendbar. Die regelt ganz klar, was hier zu was Äquivalent sein kann. Aber wir können es nicht so einfach aufschreiben, indem wir die Äquivalenzklassen endlich listen. Okay, gut. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Unendlich viele Klassen. Gut. Das wird von großer Bedeutung sein. Und damit schließe ich das Video für heute ab mit dieser Information. Wir werden sehen, dass jede reguläre Sprache endlich viele solche Äquivalenzklassen hat. Und mit anderen Worten, Korollar, die Sprache, die wir gerade gesehen haben, a hoch n, b hoch n, ist nicht regulär. Das ist der Grund, warum die Dinge hier schwieriger sind. Okay. Und tatsächlich geht es sogar noch etwas stärkeres, und das ist der Satz von Myhill und New Road, nämlich, dass eine Sprache L genau dann regulär ist, wenn L endlich viele Äquivalenzklassen hat. Also es ist nicht nur so, dass reguläre Sprachen endlich viele Äquivalenzklassen haben, sondern auch, dass jede Sprache mit endlich vielen Äquivalenzklassen regulär ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Charakterisierung der regulären Sprachen, eine der berühmtesten und wichtigsten Charakterisierungen von regulären Sprachen, die all die Notationen, die wir uns hier zumuten müssen, um das genau aufzuschreiben, rechtfertigt und hoffentlich auch zu einem schönen Ergebnis, auch zu einem schönen Verständnis der regulären Sprachen führen wird. Und ja, wie gesagt, nebenbei wird es natürlich auch dabei helfen, die Beweise zu führen, die hier noch offen sind, mithilfe dieser tollen Konstruktion. Okay, damit schließe ich meinen ersten Satz Videos zum Thema minimale Automaten. Wir haben den Quotientenautomaten kennengelernt, gesehen, wie wir den berechnen. Und jetzt haben wir uns vorbereitet auf den Satz von Myhill und New Road und den werde ich Ihnen dann beim nächsten Mal zeigen. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss. Was ist jetzt passiert? Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank.